Macht Bier denn wirklich dick? Ich meine, die Annahme, die ist ja berechtigt, weil nicht umsonst nennt man das Ding hier Bierbauch. Aber macht Bier wirklich dick? Das wollen wir uns heute mal ansehen. Wichtig dafür ist zu verstehen, dass es zwei Arten von Fett gibt. Gerade Männer haben ja oftmals das zu sagen, boah, am Bauch, das Fett, das stört mich. Und am Bauch gibt es zwei Arten von Fett. Es gibt das subkutane Fett, das ist das, was du anfassen kannst, das ist quasi die Schwarte, dieser Ring, den du hast. Und dann gibt es das viszerale Fett. Das ist das, von dem die meisten gar nichts wissen, ist gesundheitlich noch ein bisschen schlechter. Das ist ein Bauchinnenraum und das drückt die Bauchdecke von innen nach außen. Das wäre so dieser Klassiker für den Bierbauch, wo es gar nicht so schwabbelt, aber hart ist. Das heißt, du hast innen um die Organe so viel Fett, dass das nach außen drückt und die Bauchdecke nach vor drückt. Jetzt wollen wir uns beide mal gesondert ansehen. Erstmal dieses subkutane Fett, also die Rolle außen. Was hat Bier damit zu tun, wenn wir nochmal kurz darauf zurückkommen? Ein Bier, hier ein halber Liter zum Beispiel, der hat jetzt hier 240 Kalorien. So, jetzt ist die Frage, ist das viel, ist das wenig? Ja, ist okay. Das heißt, Kalorien täglich, Alkohol, fangen wir so an. Alkohol hat eigentlich drei große Nachteile. Das eine ist, er hat Kalorien und wenn du weißt, wie Abnehmen funktioniert, da ist ja immer so, dein Körper verbrennt eine gewisse Summe an Kalorien und du nimmst eine gewisse Summe an Kalorien wieder auf. Und das kannst du dir vorstellen wie so eine Waage. Und wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, wie dein Körper verbraucht, dann steigt dein Gewicht. Wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, wie dein Körper verbraucht, dann fällt dein Gewicht. Das ist eine einfache Milchmädchenrechnung eigentlich. Und jetzt kommen natürlich diese 240 Kalorien von diesem halben Liter drauf. Und ab und zu trinkt man ja nicht nur eines, sondern vielleicht mal zwei, drei oder vier an so einem Abend. Und dann wären das mal vier mal 240, wären gleich mal 960 Kalorien. Jetzt gehen wir davon aus, dass ein normaler Mann, sag ich mal so 100 Kilo, der hat so einen Verbrauch von so circa, sag ich mal, 3000 Kalorien am Tag. Und jetzt hättest du 960 durchs Bier. Das heißt, ein Drittel deiner Gesamtkalorien ist durchs Bierflöten gegangen. Das muss man halt ein bisschen aufpassen, aber da sehe ich gar nicht so das große Problem. Wenn du jetzt nicht jeden Tag irgendwie vier Bier dir reindrückst, dann ist das mit den Kalorien gar nicht so das Problem. Wo viel eher das Problem ist, ist, dass wenn man getrunken hat, dann fängt man an zu futtern. Und da muss man aufpassen. Denn sonst ist es so, du trinkst vielleicht 600 Kalorien, aber futterst währenddessen 1500. Und du sagst, boah, jetzt wäre schon eine geile Pizza zu haben. Dann futtert man hier noch ein bisschen Chips, man kennt es, oder? Das heißt, die größere Gefahr eigentlich von Bier oder allgemein Alkohol, die ich persönlich sehe, ist gar nicht so der Kaloriengehalt im Getränk, sondern das, wohin es einen verleitet dadurch. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil dann hast du hier viel Kalorien durchs Getränk, plus hier viele Kalorien vom Futtern und dann ist es halt irgendwann ein bisschen viel. Der dritte mögliche Nachteil von Alkohol allgemein ist, dass solange Alkohol im Blut ist, die Fettverbrennung gedrosselt ist. Das kannst du dir aber auch ein bisschen überschlagen. Ich bin Zahlenmensch, ich finde das cool, dass unser Körper pro Stunde 0,1 Promille abbaut. Bedeutet, wenn du mal am Abend dich auf eine Promille hochdrinkst, dann braucht der Körper 10 Stunden, um das wieder wegzubekommen. Allerdings, wenn das nur einmal die Woche jetzt zum Beispiel ist, 10 Stunden von 156, das ist überschaubar. Das sind nicht mal 10%, das sind wahrscheinlich 7%. Das heißt, 7% der Woche läuft die Fettverbrennung nicht. Ist auch überschaubar. Bedeutet, für dieses subkutane Fett, für dieses Schwad, ist ganz wichtig zu merken, bei Bier oder bei Alkohol allgemein, das macht keinen Unterschied, Wein, Bier etc., Wein hat ein bisschen weniger Kalorien. Aber da ist nur wichtig, dass du weißt, das Ding hat Kalorien. Und wie man schon so sagt, irgendwie, was ist der Spruch? Drei Bier ist auch eine Mahlzeit. So ist es wirklich. Das heißt, drei von den Dingern, die haben gleich mal 700 Kalorien, das ist eine normale Mahlzeit, die du im Restaurant bekommst. Und deswegen muss man dann halt ein bisschen schauen, dass man dann nicht zusätzlich noch irgendeinen Schrott in sich reinfuttert. Entscheide ich am besten für eines von beiden, dann fällt es nicht so schlimm aus. Und jetzt wollen wir uns noch das zweite Fett ansehen. Das, was im Bauchinnenraum ist und die Bauchdecke von innen nach außen drückt. Das ist dieses viszerale Fett. Und das wäre dieser klassische Bierbauch. Allerdings ist das gar nicht so sehr auf das Bier zurückzuführen. Denn viszerales Bauchfett, das entsteht allgemein durch einen ungesunden Lebensstil. Das heißt, jede Sorte von Alkohol, das muss nicht nur Bier sein, sondern allgemein Alkohol. Wenig Schlaf oder schlechter Schlaf, super viel Stress, Rauchen, irgendwelche Drogen, Medikamente etc. Das heißt, alles, was man von sich aus sagt, ja, das ist nicht so gesund, ist eher fördernd für dieses viszerale Bauchfett. Bedeutet, auch da ist Bier nicht schlechter wie andere Alkoholsorten. Ist halt einer von ganz vielen Faktoren. Das heißt, klar kannst du sagen, ja, okay, ich lasse das Bier weg. Aber wir haben zum Beispiel über die letzten Jahre hunderte Leute gehabt, die gerne Bier trinken. Teilweise Bayer. Dem kannst du dein Weißbier nicht wegnehmen. Und das musst du auch nicht. Du kannst auch, wenn du regelmäßig Bier konsumierst, super abnehmen. Du musst nur dann halt ein bisschen schauen, dass du den Rest der Ernährung ein bisschen optimierst. Du kannst nicht sagen, ja, okay, das ist auch weiter und ernähre mich dazu noch scheiße. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn du sagst, hey, ich trinke einfach gerne mal aus Genuss ein Bierchen oder auch mal zwei aus sozialen Anlässen, ist vollkommen okay. Dann musst du halt dafür schauen, dass man sonst das ein bisschen kompensiert. Da habe ich ein kleines Beispiel. Wie nochmal gesagt, 240 Kalorien, das Ding. Wenn du dann beim Italiener sitzt und dir überlegst, nehme ich die Pizza oder nehme ich Nudeln, dann sparst du dir gleich mal 500 Kalorien mit den Nudeln. Das heißt, es wären zwei Bier. Und davon gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wie man sich durch sinnvolle Ernährungsanpassungen auch die Kalorien wieder freischaufeln kann. Wenn es dich interessiert, was bei dir aktuell so die größten Fehler in der Ernährung sind, wie man die umstellen kann, damit du dauerhaft im Bauch los wirst, dich wieder fit und wohl im Körper fühlst, dann kannst du dich jetzt mal über den Link unterhalb von dieser Episode für eine kostenlose und unverbindliche Beratung eintragen, wo wir gemeinsam mal schauen, okay, wo sind bei dir so die Fehler, wie könnte man sie optimieren? Wichtig, du sollst nicht weniger essen, du sollst auch nicht nur nur Gemüse essen, sondern wie kann man es sinnvoll optimieren, dass du weiterhin Spaß an der Ernährung hast und trotzdem super abnimmst. Trag dich ein und allen anderen hoffe ich, es hat euch gefallen, war aufschlussreich und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.